Ja, ja, mein kleiner Schatz. Ja, was kriegst du da? Ja, ja, Schatzi. Ja, der kleine Schatz hier, dieser Kuschelschatz, der sucht ein Zuhause. Schönen, komm mal hier, mein Schatz. Hier, komm. Ja, so ein Kuschel. So ein Kuschelmonster bist du, ne? Ja, mit so tollen gelben Augen. Ja, und auf zwei Beinen stehen kann er auch. Und der sieht fast genauso aus. Ist auch so ein Kuschelmonster. Ja, und erzählen kann er auch. Der ist aber zehn Jahre alt und sucht auch ein Zuhause. Na, mein Schatz. Das ist der Merlin. Und schnurren kann er auch. Ja. Ja, mein Schatz. Ja. Kuschelmonster. Zwei Kuschelmonster suchen ein Heim. Ja. Ja. Und wer will? Kuscheln? Hm? Ja. 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 Ja